Der Frühling steht vor der Tür und die ersten Wartungsarbeiten am Oldtimer sind in Vorbereitung. Dazu gehört auch die Wartung der Batterie. Die einwandfreie Funktion der gesamten Fahrzeugelektrik hängt unter anderem von der Funktionalität der Batterie ab. Besonders wenn die Batterie im Winter Frost abbekommen hat, kann es sein, dass ihre Funktion stark beeinträchtigt wurde. Manchmal hilft eine Tiefenentladung der Batterie. Eine solche Funktion haben aber nur hochwertige Ladegeräte, wie das hier gezeigte Ladegerät von Güss, mit dem sowohl 6 Volt als auch 12 Volt Batterien vollständig entladen und wieder aufgeladen werden können. Nicht selten sind Batterien allerdings auch nach langjährigem Betrieb nicht mehr ladefähig und müssen ersetzt werden. Was viele Autofahrer nicht wissen, auch eine sehr hohe Temperatur kann einer Autobatterie sehr zusetzen. Wichtig ist es, im Werkstatternbuch oder Bordbuch die richtige Ampereleistung der Batterie herauszufinden. Eine Batterie mit zu wenig Ampere führt dazu, dass die Verbraucher auf Dauer nicht genügend Leistung bekommen. Die Batterie wird sehr schnell leer und die Folge sind Fehler in der Zündung. Oldtimer-Batterien sind im herkömmlichen Kfz-Bedarfshandel oft nicht zu bekommen. Hier helfen Portale wie das von gortenbrede.de weiter, die eine umfangreiche Palette an hochwertigen Oldtimer-Batterien im Sortiment führen. Die meisten Oldtimer-Batterien werden trocken geliefert. In diesem Zustand sind die Batterien nicht einsatzfähig. Alle Kammern müssen zuerst mit Batteriesäure aufgefüllt werden. Die Platten- und Trennwände werden in Plattenpakete oder Blöcke zusammengefasst, die je Block etwa 2 Volt liefern. In der 12 Volt Autobatterie finden sich also sechs in Reihe geschaltete Plattenblöcke. Bei der 6 Volt Batterie drei Plattenblöcke, die in verdünnter, ca. 32%iger Schwefelsäure eingetaucht sind. Die Schwefelsäure dient dabei als Elektrolyt und ermöglicht den Ladungs- und Ionentransport bei der Stromabgabe bzw. beim Aufladen der Batterie. In der Regel wird etwa 1 Liter Batteriesäure pro Kammer eingefüllt. Beim Einfüllen der Batteriesäure sollten immer Handschuhe und Schutzbrille getragen werden, denn die Säure ist sehr stark reizend. Wenn die Kammern mit Säure aufgefüllt sind, wird die Batterie erst einmal mit offenen Kammern stehen gelassen. Betrachtet man die Kammern, erkennt man, wie die Säure in der Kammer wirkt. Die entstehenden Gase sind entflammbar, daher nicht rauchen und keine offenen Flammen verwenden. Die Kammern können anschließend nun leicht verschlossen werden und die Batterie wird zum Laden angeschlossen. Wird eine Batterie am Fahrzeug geladen, müssen die Polkabel zuerst von der Batterie getrennt werden. Beim Laden entstehen eventuell sehr hohe Ströme, die bei angeschlossenen Polkabeln auf die Verbraucher des Fahrzeugs überfließen können. Zuerst wird der schwarze Minuspol, die Erdung, abgeschraubt. Erst dann kann der Pluspol, der rote Pol, abgetrennt werden. Auch bei den Ladegeräten ist durchaus auf die Qualität des Geräts zu achten. Das Ladegerät muss die Spannung der Batterie laden können. Oftmals sind günstige Ladegeräte aus dem Baumarkt nicht ausreichend für eine vollständige Aufladung der Autobatterie. Auch hier lieber ein hochwertiges Gerät, wie das hier gezeigte, ebenfalls erhältlich bei der Firma Kortenbrede. Denn mit einem solchen Gerät ist die perfekte Wartung der Autobatterie gesichert. Das Gerät schaltet sich automatisch bei der vollständigen Ladung der Batterie ab und erkennt die Grundspannung der Batterie. Die neue Autobatterie kann nun eingebaut werden. Eine kontinuierliche Wartung der Batterie verlängert künftig die Lebenszeit. Polfett auf den Batteriepolen schützt die Pole vor Kontaktkorrosion.